einen schönen guten abend und recht herzlich willkommen zu unserem heutigen sg active trading webinar mein name ist holger fertig ich bin produktexperte bei der society general für zertifikate und optionsscheine und ja wir haben diese woche bei sg active trading bastian galuska und als sondergast heute andreas lipko von der com direkt bank bevor wir zu der präsentation der kollegen gehen ganz kurz die risiko hinweise das webinar richtet sich an kundige selbstentscheider mit erfahrung im bereich hebelprodukte und die in diesem webinare besprochenen produkte hinweise zu hebelprodukten erfolgen lediglich zu demonstrationszwecken und sind nicht als empfehlung zu verstehen es ist also keine anlageberatung und das hebelprodukte ein hohes risiko beinhalten beziehungsweise ja darunter das totalverlustrisiko beim erreichen des knockouts oder bei der wertvollen wertlosen fälligkeit von optionsscheinen beziehungsweise gibt es auch das ausfallrisiko des emittenten noch in einer sache die zertifikate awards stehen ja vor der türe sollten sie mit den services und den produkten der society generell zufrieden sein würden wir uns natürlich freuen wenn sie für uns stimmen würde es geht hier um das zertifikat aus des jahres nehmen sie teil ist ja sie können eine reise nach berlin gewinnen und insoweit jetzt noch schnell abstimmen so jetzt aber zu den kollegen guten abend bastian und ja schönen guten abend andreas hallo und guten abend freue mich wieder dabei sein zu dürfen und ja an diesem sehr aufregenden tag muss man sagen am wahltag und wo ja noch keine entscheidung fest steht bislang ich werde jetzt mal den bildschirm übertragen wir haben heute wieder einige charts vorbereitet und haben das haben uns das so überlegt dass der andreas jeden themenblock bisschen fundamental erläutern wird und ich natürlich meine charts zeigen werde und wir wollen starten mit dem dax der ja heute wirklich sich sehr volatil verhalten hat erst sehr schwach gestartet ist dann ein eindrucksvolles reversal und ja andreas wie hast du das heute erlebt und ja was ist vielleicht auch deine erklärung dafür dass es jetzt so gelaufen ist ja genau was dann im endeffekt eine schöne frage wir haben gestern so ein bisschen schon die sogenannte erleichterungsrallye gesehen weil man ihm dachte okay ist alles in sack und tüten die us-wahl dürfte größtenteils gelaufen sein beiden wird als gewinner hervorgehen heute morgen dann die ersten nachrichten das system nach nicht so der fall ist dann gab es die erste verunsicherung du hast bereits gesagt wir sind ja doch sehr sehr schwach eigentlich reingekommen lange zeit war sie wirklich mächtig im minus und konnten dann ja wiederum uns plus drehen und das hatte wirklich größtenteils auch damit zu tun weil sich hier die politischen also erstmal natürlich sehr viel unsicherheit drin war natürlich in den märkten unsicherheiten lieben investoren eigentlich überhaupt nicht und demzufolge steht man jedoch eher an der seitenlinie beziehungsweise macht erst mal dann gar nichts dann gab es aber so ein bisschen kleid dahingehend weil man dann gemerkt hat wie die machtverteilung wirklich eigentlich in den usa sein könnte und damit hat sich so ein bisschen auch die aktuelle situation wer zukünftig präsident ist entschärft um es mal so zu formulieren das heißt jetzt natürlich sind die lager von trump und beiden nach wie vor natürlich daran interessiert ihren jeweiligen kandidaten durchzudrücken aber die investoren haben so ein bisschen erleichterung wenn man weil man eben sagte vorher würde beiden der eher negativ natürlich für die amerikanische wirtschaft sein weil man hier immer wieder auch das thema corporate texas da hoch geholt hat man hat das thema digital steuern potenziell für technologiewerte als showstopper so reingebracht und jetzt scheinen sich diese themen so ein bisschen zu abzuschwächen eben weil eben die republikaner zumindest im senat der wichtigen institutionen institution dahingehend ist gerade für die gesetzgebung hier noch mal als so ein weiterhin als hemmschuh sozusagen dienen könnte wenn eben der demokratische kandidat beiden in amt und würden kommt und sozusagen hier die gesetze dann eben durch bringen möchte und da hat man eben zumindest erst mal gemerkt dass zum beispiel ja auch die technologiewerte gut reagiert haben und der dax dann natürlich auch eine erleichterung hatte weil hier für den deutschen markt zumindest von der fundamentalseite eine ganz interessante situation entstanden ist für die deutschen standardwerte insgesamt wäre es nämlich günstiger wenn sozusagen der demokratische kandidat an die macht kommen würde als neuer präsident das kannst du ja gleich noch mal dann bestimmt sicherlich schadtechnisch auch noch mal bestätigen weil nämlich dann sozusagen diese entschärfung von möglichen handelskonflikten handelskonflikt streitigkeiten zukünftig hier nicht mehr so stark in dem fokus rücken man hat jetzt ein bisschen angst gehabt wenn schramm sozusagen die zweite runde kommen würde dass dann diese thematik handelskonflikt china usa sich nicht nur über die drittplatzposition europa bisher auswirkt sondern dass danach natürlich auch noch mal der ton in richtung der eu schärfer werden würde und das ist aber demzufolge heute mit dem steigenden mit der steigenden wahrscheinlichkeit dass beiden amt und würden kommt so ein bisschen entschärft und jetzt ist halt auch mal ganz interessant wie deine schadtechnische sicht daraus zu interpretieren ist ob das wirklich so mit der fundamentalen seite her deckungsgleich wäre also was man festhalten kann ist ja dass wir in der vorwoche auch deutlich verloren haben am markt also es war eine sehr schlechte handelswoche das heißt wir sind schon aus einem gewissen überverkauften status in diese neue handelswoche gestartet und ja was ist in der vorwoche auch passiert also da hat es natürlich ganz schön gerappelt und ich denke schon dass da auch technische gründe eine große rolle gespielt haben man sieht dass der dax ja wirklich als index auch nicht unbedingt immer leicht zu analysieren ist gerade wenn wir so eine phase haben wo er seitwärts hochvolatil läuft und das war eigentlich seit juni oder fall es gab hier mehrere chancen der käufer am ema 200 an diesem bekannten durchschnitt ja im prinzip auch eine neue aufwärtsbewegung zu starten also das war beispielsweise hier der fall oder dann auch wäre sogar hier nochmal möglich gewesen aber beide chancen blieben ungenutzt es entstanden keine neuen hohen und die konsequenz war dann diese marktbereinigung als dieser durchschnitt viel wurden sicherlich auch absicherungen zum einen eingegangen von den institutionellen und zum anderen natürlich auf der aktien seite positionen glatt gestellt und das interessante ist jetzt wiederum sieht man hier glaube ich ganz gut dass wir mit dem anstieg natürlich erst mal noch nicht so viel gewonnen haben also wir sind immer noch unter dem ema 200 unterwegs bei 12 3 76 verläuft der wir haben auch noch keine soll man sagen keine abgeschlossene bodenbildung also wir haben in den kleinen zeitebenen sicherlich das was man als kleinen boden bezeichnen konnte also hier sind wir beispielsweise viermal in folge an dieser 11 450er 114 60er unterstützung entlang geschrammt und haben dann nach oben abgedreht also in den kleinen zeitebenen gab es den boden aber für einen neuen aufwärtstrend ist natürlich das erst mal noch zu wenig was ich zeigen kann ist hier die prognose ich mache einmal in der woche immer am montag den dax wochenausblick bei uns und da war es eigentlich das was ich ableiten konnte war schon im vorfeld der wahl erreicht im übrigen auch in dem ein oder anderen us-index also das waren hier die gaps die in der vorwoche gerissen wurden das war im dax beispielsweise die marke von 12.035 die hatten wir gestern schon erreicht wo ich dann auch geschrieben habe an unsere kunden naja also würde ich jetzt nach so einem run vor so einem wichtigen event nach dem gap close noch long position eingehen oder long position halten wahrscheinlich nicht da würde ich erst mal ein bisschen risiko runterfahren und das hat man ja heute erst mal gesehen war auch die richtige entscheidung also ich denke heute morgen hat sich keiner beschwert wenn er bei 12.035 rausgegangen ist es hat nur intraday gedreht was kann man also festhalten naja also diese abwärtsbewegung ist schon noch intakt aber wir haben jetzt enorm hohes momentum hämmern also an diese widerstände hier oben wieder dran und auch mit blick auf die us-index sind die chancen natürlich schon da dass wir vielleicht dieses verkaufssignal wieder aufheben also 12.341 war hier das letzte tief was unterschritten worden ist etwas darüber der ema 200 das müssten wir aufbrechen zum einen und dann die stamm zuschauer wissen wir brauchen natürlich für einen neuen aufwärtszellen ein höheres tief das ist ja aktuell noch gar nicht zu sehen und dann müssen wir das letzte verlaufs hoch überschreiten also ein solches szenario wäre unbedingt wichtig um dann auch in richtung ende des jahres positiv gestimmt zu sein also das ist aktuell ganz nett anzusehen aber rein als techniker muss ich halt sagen ist es bislang leider noch etwas zu wenig aber als techniker hattest du auch gerade noch an deinem ersten chart bild eine grüne linie gezeichnet die sozusagen die letzten tiefs miteinander verbunden hat ist das die nächste hürde die wir erstmal übertreffen müssen oder die kann man noch mit dazu nehmen ja also der ein oder andere der liebt ja diese sks formation ich bin überhaupt kein fan davon aber gut in dem fall kann man halt sagen ist vielleicht so eine formation aufgelöst worden und wir sehen jetzt den rücklauf also an diese nacken linie wo man auch sagt und dies dann noch mal etwas höher als der ema 200 also wenn wir es jetzt grob fassen haben haben wir bei 12.340 beginnend bis 12.400 hinauf so eine zone wo wir erstmal drüber springen müssen da wartet natürlich dann auch schon gleich das nächste gap was wir gerissen haben bei 12.515 also das kann im zuge eines squeezes natürlich durchaus noch passieren dass wir noch so hoch laufen ich wie gesagt muss muss festhalten das was ich jetzt zum wochenstart herausarbeiten konnte ist über erfüllt das war im übrigen auch in der vorwoche der fall da waren meine ziele auf der unterseite wurden auch überrannt und was auch noch wichtig ist dass vielleicht noch zum abschluss der dax ist auf der unterseite jetzt auch nicht irgendwo gedreht sondern diesen grünen balken wenn sie die wochenanalysen von mir sehen die sind eigentlich der grüne balken ist seit wochen drin seit monaten schon drin im chart und wurde hier bei 11.447 bis 11.391 eigentlich auch relativ schön im tief hatten wir 11.450 angesteuert also wer hier jetzt in richtung jahresendrallye schielt der müsste halt formal einen stopp auch unter dem vorwochentief haben das gilt im übrigen auch für die us indizes und ob es dann ob es dann für mehr reicht wird man sehen müssen aktuell ist der anfang gut weil er dynamisch erfolgt das ist immer wichtig aber das nächste tief wird jetzt erst entscheiden ob wir auch in der aufwärtsbewegung nachhaltiger natur übergehen können also die dynamik gefällt mir also was ja aus der vorwoche ganz gut zu sehen ist finde ich gerade auch in den chart den du gezeigt hast das ja sozusagen dieses pandemie thema was ja diese ersten gäbe da so ein bisschen auch gerissen hatte dass das ja ein her ging das mit einem relativ geringen handelsvolumen auch im dax also wenn man das unten sieht dieser erste anstieg sozusagen dann die korrektur runter erste gäbe zweite gäbe da also beim zweiten gab kam ein bisschen bums rein und das jetzt sozusagen ja das auch passen würde wenn man das sozusagen auch in charttechnik sowohl von der fundamentallage sieht genau da unten ist es ja sehr schön zu sehen dass das volumen ja relativ stark ausgetrocknet ist dann kam sozusagen erst mit der wirklichen ankündigung des des lockdowns richtig musik wieder rein man sieht das handelsvolumen zieht an mit fallenden kursen und jetzt sieht man hier eine kompensation eben durch in den letzten tagen dass halt auch sehr viel käufervolumen netto wieder reinkommt und sozusagen wirklich auch ein kaufmomentum entsteht also das finde ich das ist eigentlich noch mal unterstützend damit deswegen wird es jetzt eigentlich glaube ich auch spannend zu sehen wenn man das auch wieder im zusammenhang mit der gemengelage mit der fundamentalen sieht ob dieses gap close was theoretisch jetzt anstehen könnte wenn man sich das von der staatlichen seite ansieht wie das sozusagen untermauert wird noch natürlich auch noch mit durch nachrichten die ja dann positiv wirken könnten also sprich alles aus richtung arbeitsmarkt zahlen jetzt am wochenende beziehungsweise weiteres weiterer wahlverlauf in den usa also man muss auch sagen natürlich im vergleich zu den us-initier steht der dax weiter schlechter da da haben wir vergleichbare gaps geschlossen und sind natürlich auch gar nicht mal ansatzweise jetzt aus so einer top formation irgendwie nach unten ausgebrochen oder ähnliches also das war auch teilweise knapp aber im direkten vergleich steht der dax schwächer da das kann sich natürlich auch wieder ändern also man hat ja gesehen was für so eine dynamik auch im dax möglich ist schauen wir vielleicht auf die us-indizes ja was nehmen wir denn mal also nehmen wir natürlich die text würde ich sagen die schließen heute den vogel ab und da sehen sie ja schon ich meine da brauche ich ja gar nicht viel einzahlen sie sehen ja schon direkt den unterschied zum dax also hier haben wir weiterhin ansteigende tiefpunkte im nasdaq 100 der index hat als hat das september tief noch nie mal im ansatz erreicht und ja ich hatte da schon ein bisschen darauf spekuliert weil es glaube wir hatten es ja auch in einem der webinare oder wir haben es immer wieder dass diese dreiteiligen bewegungen eigentlich immer so klassische korrektur bewegungen sind im dow jones lief es optimal also da sind wir wieder beim thema was wünsche ich mir als als analyst wie sollte so eine korrektur aussehen schauen wir uns das mal an da lief es eigentlich das war jetzt heute die prognose von mir also ich mache immer so eine tagesprognose da haben wir eigentlich auch alles abgefrühstückt was jetzt hier irgendwie ableitbar war also 28 150 hier oben sogar noch abgeholt wenn wir in den tageschart reingehen dann sehen wir hier das was ich meine diese dreiteilige bewegung also abwärtsbewegung korrektur abwärtsbewegung kann kann man in den trend kanal fassen und zweimal haben wir es auf intraday basis zwar unterschritten diese untere begrenzung aber wir haben uns immer wieder darüber gerettet und im dow jones bin ich jetzt eher der meinung dass wir hier optimistischer sein dürfte für die für die nächsten wochen vielleicht sogar weil ich völlig zufrieden bin mit dieser bewegung vom hoch also das ist dreiteilig das verläuft in dem trendkanal kann man auch als flagge sehen die nächsten signale hätten wir natürlich in diesem index jetzt wenn wir aus dieser flacke ausbrechen sollten dann ist im vierten quartal noch einiges möglich der unterschied jetzt noch einmal der nasdaq da bin ich jetzt mittlerweile ein bisschen umgesprungen also da hätte ich auch gern noch ein weiteres tief gesehen unter dem september tief aber muss sagen auch ein user in unserem premium service pro max hat mich da drauf gebracht er hat einfach mal so eine trendlinie eingezeichnet hier kann man jetzt diskutieren ob die so sinnvoll ist auch mit diesem auflage punkt hier aber man muss sagen es wurde halt einfach in den letzten tagen beachtet also wir haben nicht mal ansatzweise das september tief erreicht und dann muss ich mir als analyst natürlich auch die frage stellen was könnte das werden und am plausibelsten ist jetzt für mich so eine dreieck struktur das heißt wenn sie sich auch ein bisschen mit elliotwellen auskennen also im prinzip alles dreiteilige strukturen in so einem dreieck da fällt eigentlich nichts fünfteilig vielleicht noch am ehesten hier könnte man einen impuls abwärts rein sein aber für mich eher alles dreiteilig und das heißt wenn das ein dreieck ist dann sollte es früher oder später auch trendbestätigend aufgelöst werden könnte uns allerdings das ist jetzt die einschränkung natürlich auch noch über mehrere wochen beschäftigen wie sie sehen musste die entscheidung wenn es hart auf hart kommt gar nicht mehr in diesem jahr kommen und ja also das ist vielleicht auch ein szenario was plausibel sein könnte achten sie hier mal so auf den bereich 12.000 in den nächsten tagen wo die abwärtstrendlinie ankommt ob wir da rausgehen und ja für viele überraschend dass heute die tags auch so stark reagieren also man hat ja gesagt beiden wenn es wird was jetzt noch nicht feststeht der könnte dann eigentlich auch da ein bisschen druck ausüben auf die tech titel andreas wie siehst du das also was könnte da jetzt die erklärung sein auch die geschichte mit dem senat dass er hier nicht voll vollgas geben könnte na gut im endeffekt war es natürlich so dass die tech werte ja schon seit geraumer zeit eigentlich hier den ton angegeben haben die haben ja sowohl maßgeblich die us indizes ganz klar bestimmt also s&p 500 war ja zu 20 bis 25 prozent eigentlich nur noch durch die fünf bis sechs großen technologieunternehmen bestimmt worden das handelsgeschehen mit alt economy werte waren sozusagen quasi beiwerk schmückendes beiwerk wenn man es so sieht das hat man auch sehr schön im vergleich wenn du hier den nasdaq zum deutsch-jones noch mal betrachtest gesehen dass das letzte tief natürlich ganz klar dadurch geprägt war dass man eben angst hat wenn es zum lockdown kommt wird eben die alt economy ganz schwerer getroffen als die new economy deswegen ist eben das tief eben bei denen die eben diesen hohen anteil an alt economy werten haben bei den indizes ganz klar und die technologie hat sich ja quasi los ausgelöst also auch durch die stale tome aktivitäten konnten natürlich anbieter die in diesem bereich der technologie digitalisierung dezentrales arbeiten und so unterwegs sind haben natürlich davon eben auch stärker profitiert das sieht man halt deswegen auch da kommt der dax sozusagen auch nicht richtig aus der hüfte weil wir da zu wenig technologie eigentlich drinnen haben und hier einen sehr starken fokus noch eben alt economy dass die technologie werte so stark performt haben hat natürlich auf der einen seite schon mit damit zu tun dass man hier immer wieder auch die steuerproblematik hat so wobei ich das thema mal ein bisschen weg lenken wollen würde zu zum punkt oder vom punkt weg digital steuern weil hier wird immer wieder gerne angeführt dass die demokraten da sozusagen als spielverderber fungierten aber wenn man sich das mal insgesamt genauer ansieht ist eigentlich noch gar nicht klar gewesen was für ein rahmen das hätte haben können also in welcher größenordnung man hier denkt das ist noch gar keine also ist halt nicht richtig sozusagen vorgelegt worden es war halt eine idee dass man die man angehen kann und es muss eigentlich auch jedem klar sein dass man die digitalsteuer nicht als land alleine sozusagen lostreten kann sondern hier muss man natürlich ganz klar international global agieren und das sieht man ja funktioniert in europa schon nicht so richtig dann eben geschweige denn auf der ganzen welt also von daher denke ich wird die was was jetzt hier ganz klar auch gespielt wird ist natürlich auf der einen seite die erleichterung schon dass man eben sieht okay wir haben jetzt eine situation mit der kommen wir klar das heißt eben man hat egal wer jetzt kommt in diese pats situation das ist eben gut für die wall street und deswegen ist man jetzt eigentlich nicht mehr auf das thema steuern stark gegangen sondern eher auf das thema ich nenne es jetzt mal salopp business as usual das heißt investoren sagen hey ich kann mit der situation politisch klarkommen egal was jetzt erstmal passiert also rein von der konstellation nicht mit den vorgängen die bis dahin eben möglich sind da hat man natürlich eine unsicherheit im markt aber man geht jetzt wieder auf die big tax rauf man geht jetzt in den sektor rein der in der letzten zeit sozusagen ich sage jetzt mal funktioniert hat das heißt ja go with the flow ist ganz klar eben angesagt man geht eben in diese großen tech werte rein das wird auch zukünftig so sein deswegen passt es auch zu der analyse die du sie jetzt sozusagen technisch da prognostiziert hast als investor ist man halt gut aufgehoben wenn man eben sagt man investiert in diese großen tech werte weil das sind big caps das sind eben trendthemen wenn man selbst wenn die mal korrigieren sollten was ja auch hier jetzt in deiner prognose charttechnisch durchaus noch drin ist dann kann man eben aber auch den investoren die eben zum beispiel in die vermögensverhaltung in fonds dann eben investiert haben die man ausgesucht hat ganz klar sagen ja moment das sind aber die trendthemen und das würde halt verziehen werden man fängt hier nicht groß an zu experimentieren dass man eben versucht hier ein market timing zu nehmen indem man dann irgendwelche old economy auf automotive bereich oder fluggesellschaften oder sowas eben fokussiert und da eventuell immer böse erwischt wird sondern man kann sagen man hat die themen die eben wirklich funktionieren und damit ist man eben gut aufgehoben deswegen ist es ganz spannend und ich glaube auch das deckt sich halt also man sieht auch schon immer dieses alte thema was funktioniert charttechnik oder fundamentale betrachtung das ist eigentlich hinfällig man es geht beides mal läuft die technik vor markt technik vor mal läuft eben die fundamental seite vor und man sieht aber dass sich das eigentlich schon sehr stark deckt und deswegen finde ich das auch ganz spannend dass wir das jetzt hier mal so auch betrachten was ich sehr interessant finde ist auch vor allem dieses gap mit dem die nasdaq heute sozusagen eröffnet hat ja und gefühlt gefühlt sind wir ja eigentlich nicht viel schlauer als als gestern außer dass es kein kontersieg von von beiden war sondern dass das ding super knapp wird mit allen möglichen sachen die noch kommen können und es wird trotzdem gefeiert also finde ich finde ich ganz spannend vor allem hat man ja mit ja von allen seiten mit hohen volatilitäten gerechnet aber eher nach unten als nach nach oben wie wir es heute in der nasdaq sehen aber in dem zusammenhang haben wir auch eine frage aus dem publikum wer hat denn heute die aktien in der nasdaq hauptsächlich getrieben waren das die die berühmten acht die es immer sind oder ist das die ist das querbeet gewesen habt ihr das im blick gehabt ja es gab einen wert der biogen zum beispiel ist ein extremes beispiel heute die haben 43 bis 46 prozent im plus heute die hatten eine zulassung für ein alzheimer präparat bekommen und das zeigt ihm schon natürlich dass nicht nur die richtig klassischen alten werte hier mit vorne sind sondern dass eben auch so eine sondersituation natürlich wie zum beispiel biogen heute einfach so ein bisschen den vogel abgeschossen haben ansonsten sind schon einige von den üblichen verdächtigen gerade auch zu beginn mit dabei gewesen interessant war ich glaube autodesk die waren eine zeitlang auch relativ stark im fluss ich muss mal gucken ob die immer noch gut gesucht sind also von den schwergewichten natürlich eine facebook mit acht prozenter können sie sich vorstellen die hat eine gehörige gewichtung im index die macht dann schon mal was aus und ja biogen war natürlich für den biotech sektor sehr wichtig muss ich da ein bisschen korrigieren andreas die haben jetzt noch nicht die zulassung bekommen das steht erst im nächsten jahr an aber es gab jetzt schon stimmen dass es ganz gut aussieht die haben am freitag also für für all die weil ich glaube ich habe heute fünf anfragen zu biogen bekommen ich habe ja auch über die mal hin und wieder geschrieben also da sieht so aus die 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 zu der zulassungsentscheid ist weiterhin im märz für dieses wichtige alzheimer medikament aber es gibt ein vorgeschaltetes panel das findet am freitag statt also es kann am freitag durchaus bei biogen noch zu verwerfungen kommen dass sie das schon mal einplanen und jetzt im vorfeld dieses events das hat mich jetzt auch überrascht gab es wohl schon stimmen die sich ganz positiv geäußert haben es werden auch immer paper veröffentlicht in der regel aber glaube ich erst am vortag also so hundertprozentig konnte ich es auch noch nicht identifizieren wo jetzt die 40 prozent her kommen also es wird halt im prinzip man die aktie schauen wir uns mal an die ist natürlich auch extrem abgestraft worden meine letzte prognose war hier nochmal in richtung neuer tiefs also das ist also sie ist eigentlich auf ein neues jahrestief noch gefallen vor einigen tagen und jetzt natürlich so ein strich nach oben ja und also ich drücke natürlich wirklich vehement die daumen zum einen als biotech fan zum anderen natürlich weiß ich was im alzheimer bereich alles schon für fehlschläge gab und was das für eine böse krankheit ist ist natürlich zu wünschen dass das gelingt mit dem durchbruch sie sehen aber im big picture dass da natürlich trotz 40 prozent anstieg überhaupt nichts passiert ist muss ich leider so sagen denn die aktie kommt ja seit jahren nicht vom fleck also da müssen wir hier mal über 389 dollar gehen ja aber das war natürlich ein achtungszeichen und hat den nächsten biotech index vielleicht weiß nicht passt das soll man das gleich vorziehen mal das ist das thema hat natürlich den mit oben mit nach oben gezogen und biotechs hat man ja ein zweimal schon im webinar die werden auch immer wieder reinkommen weil ich ja den sektor wirklich wirklich als sehr interessant empfinde und den schon lange verfolge also da könnte man schon recht positive prognose erstellen wenn jetzt natürlich die biogen am freitag sich halbiert dann wird es schwierig mit dem ausbruch aber rein chartern ist es hier eigentlich auch ganz gut gelaufen wir haben auch in so einer art dreiteiligen struktur korrigiert haben hier anders als beispielsweise der dax den ema 200 zweimal halten können und ein kleines gap ist jetzt heute geschlossen beziehungsweise fast geschlossen hier würde ich mir mal vormerken als trader die marke von 4546 punkten das ist das bisherige oktober hoch jetzt höre ich den bastian nicht mehr hallo bastian ich höre ihn auch nicht mehr ja da scheint es wohl ja auch von seine seite her probleme mit der verbindung zu sein wir beide sind noch da ich gehe einfach mal kurz rein er kommt ja bestimmt gleich wieder rein oder kann sich ja rein ich bin mir sicher ja kriegst du mal rein ansonsten habe ich auch ein paar fragen noch aber mach du mal gerade weil es gerade gut passt im biotechnologie sektor sieht man dann auch ganz gut was der bastian gerade schon so ein bisschen erläutert hat dass natürlich viel dampf reingekommen ist durch die ganze corona virus präparate thematik und das natürlich viele biotechnologie unternehmen pharmaunternehmen in diesem bereich auch forschen viele gelder momentan reingekommen sind es auch viele aspiranten momentan gibt die klar einmal zulassung bekommen haben oder beziehungsweise zulassen bekommen könnten dann mal wieder nicht aber auf jeden fall sind erstmal gelder geflossen und das strahlt natürlich auch ein stück weit dahingehend aus dass jetzt das portfolio von diesen doch teilweise großen unternehmen die in diesem bereich halt forschen und eben auch gelder schon bekommen haben natürlich dann eben auch für andere präparate mit dann benutzt werden können das heißt zukünftiger cashflow der bei den unternehmen zu erwarten ist was ja gerade im biotechnologie bereich sehr sehr wichtig ist weil man hier ja sozusagen oftmals jahrelang forscht also vielen fe steckt der forschung in entwicklung und erst mal keinen wirklichen umsatz natürlich erwarten kann wenn man da so eine art milestone zahlung bekommt dann gibt das noch mal richtig dampf halt auch in in dieser branche und das sieht man halt öfters mal jetzt halt auch wieder thema über thema sozusagen corona virus präparat insgesamt dann natürlich ausstrahlend auch auf das ganze produktportfolio deswegen ist halt sowieso auch immer gut eher auf größere unternehmen in den sektor zu gehen und nicht so unbedingt auf kleinere pharmaunternehmen und das sieht man wie gesagt im biotechnologie index ganz gut dass hier durchaus auch potenziell für den sektor zukünftig von der fundamentalen seite mehr zu erwarten ist weil dann eben wie gesagt die gelder aus dieser ein forschungs richtung natürlich auch auf andere zu vielversprechende sektoren übertragen werden können sodass dahingehend dann eben auch mehr zulassungsanträge beziehungsweise neue forschung losgestoßen werden können ich glaube der wasser ist wieder da der ist wieder da bevor wir ihn aber wieder reden lassen lasse ich doch ganz kurz noch eine frage hier also hat es gesagt auch andere firmen also pfizer und moderna ist natürlich auch das gratis thema corona immer noch eine interessante geschichte ja also auch da sind ja kann auch was passieren war das jetzt eine frage oder eine aussage von dir das war eine aussage also auch das war also das ist kommt direkt kommt direkt kommt direkt dass halt auch andere firmen hier auch noch profitieren gerade pfizer moderna aber jetzt der bastian ist wieder da bin wieder da was habt ihr denn überhaupt noch gehört von mir gar nichts mehr gar nichts mehr gerade an dem punkt wo es spannend wurde da warst du weg habe ich dann gar nichts sagen können zum biotech sektor doch du hast sozusagen kurz vor glaube ich bevor jetzt dieser ausbruch da bevorstehen könnte da war nichts mehr zu hören also zu biochen hatte ich auch einiges gesagt ja schade wenn man das jetzt nicht gehört hat also nur ganz kurz also hier steht ein wichtiges panel meeting an am freitag und da kann es noch mal zu verwerfungen kommen also die zulassung ist noch nicht durch und ja der nestech biotech index also als trigger könnte hier die 4546 gelten das letzte verlaufshoch das sind wir dann auch schon im bereich des allzeithochs also das sieht weiter ganz gut aus und wie schon angedeutet wurde wenn natürlich von der corona impfstoffseite auch noch etwas rückenwind käme dann glaube ich wird der index relativ schnell neue allzeithochs machen ja man muss halt wissen beim sektor wir sagen es immer wieder wenn man auf einzelaktien setzt großes kurs einzelkursrisiko biogen heute plus 40 50 prozent es gab schon tage jetzt glaube ich kann ich das auch zeigen wo die aktie einmal 30 40 prozent verloren hat das haben das haben wir hier zum beispiel gesehen da gab es negative daten von dem alzheimer medikament da ging es da mal 30 prozent runter und das kann man dann am besten streuen das risiko mit einem etf oder an oder dem aktienbasket also hier auf einzelwerte zu gehen das kann auch sehr nach hinten losgehen aber freut mich natürlich dass die biotech so gut laufen was mich jetzt bisschen wundert und wahrscheinlich auch viele zuschauer da hat man heute auch fragen ja was ist denn jetzt heute los man hat gesagt regenerative energien wären eigentlich die profiteure von beiden dann hat man gesagt cannabis aktien werden so heiße place das will er ja eventuell legalisieren und genau diese sektoren werden heute verkauft andreas hast du da eine erklärung dafür ja weil das natürlich auch wieder so ein bisschen das thema ist zur legalisierung es gibt ja einige staaten die dann aufgrund ihrer konstitution zum beispiel legalisierung von cannabis gebrauch durchaus durch führen können aber es gibt eben auch viele staaten die daran gebunden sind dass es eben bundesweit also sozusagen auf einer höheren ende gemacht werden muss und wenn man jetzt eben sehr starke konservative besetze zum beispiel beim obersten gericht und auch natürlich im senat weiterhin republikaner die vormachtstellung haben dann ist da so ein bisschen die fantasie weg das heißt der fokus geht natürlich schon eher wieder in richtung auf unternehmen die entweder schon gut in diesen bereichen oder in den bundesstaaten positioniert sind wo es derzeit möglich ist aber eine flächendeckende legalisierung erwarte ich jetzt zumindest erst mal unter der konstellation nicht mehr das wäre wirklich anders gewesen wenn man hier sozusagen die blaue welle gesehen hätte also nicht nur auf der staaten ebene sondern insgesamt natürlich auch bei den einzelnen ja einzelnen hierarchie ebenen also auch sowohl im senat als auch natürlich beim präsidenten dann wäre hätte man schon erwarten können dass hier mehr passiert aber jetzt wird es halt wieder ein ganz normales gerange es wird ein politikum man wird versuchen sich natürlich dann der gegenseite einige sachen abzuringen wenn man das eben durchbringen möchte bzw wird unter der republikanischen rigide im senat quasi erstmal nicht erfolgen also es gibt natürlich auch produkte wie sie mit denen sie auf diese cannabis geschichte setzen können also ich bin jetzt kein großer freund davon muss ich sagen also man hat auch gesehen dass der hype der ja lief sieht man jetzt bei dieser aktie gar nicht so ich zeige mir vielleicht noch eine andere aktie aurora cannabis da wird es deutlicher dass das ein hype war vergleichbar vielleicht jetzt ein bisschen mit den wasserstoff aktien in diesem jahr also hier sieht man jetzt nur den kurs abschwung aber sie müssen sich jetzt dazu denken dass es davor auch den hype gab wo diese aktien sich vervielfacht haben und seit 2018 2019 dann war es vorbei und wir kommen hier von kursen über 119 sind jetzt in den einstelligen bereich gefallen die aktie hat auch schon reverse blitter es war schon penny stock bereich oder wird sicherlich auch einige pleiten geben ich glaube wenn man eine einzelaktien bereich reingeht wird oft die canopy growth genannt so als in anführungszeichen solide also wahrscheinlich noch von der risikoeinstufung her im sektor dann eher niedriger anzusetzen und etwas konservativer da könnte ich mir wenn ich jetzt mal meine fundamentalen bedenken ausräume könnte ich mir schon eine fortsetzung der aufwärtsbewegung vorstellen ich habe eigentlich gestern schon in einem anderen webinar gesagt nach dem pullback gefällt sie mir auf die marke von 1960 jetzt sind wir heute durchgerutscht halten aber noch die gleitenden durchschnitte also ich könnte mir schon vorstellen dass hier der nächste anlauf dann noch erfolgt in den in den nächsten wochen dass wir hier weiter aufwärts zendieren man hat hier die letzten tiefs wo man ganz gut absichern kann aber das ist sehr heiß muss man mögen ich persönlich wie gesagt bin jetzt nicht so der große freund davon wenn wir auf die regenerativen energien gehen da hat man sicherlich die highflyer des jahres 2020 aus diesem sektor zeigt vielleicht mal zwei aktien das könnte man natürlich noch deutlich erweitern also plug power aus dem wasserstoffbereich beziehungsweise dann auch brennstoffzellen da sind wir gelaufen und laufen und laufen und laufen und da haben wir so eine trendstarke aktie wir das immer besprechen immer wieder rückläufe an den gleitenden durchschnitt hier den blau ema 50 und zuletzt hatten wir das auch deswegen wenn sie vielleicht auch noch mit blick jahresende sich das ein oder andere anschauen wollen was gut gelaufen ist wo sie noch denken dass da noch ein bisschen was gehen könnte also die plug power ist charttechnisch eigentlich sehr sauber erstens mal hier den ema 50 verteidigt und dann haben wir ja heute das ist jetzt eigentlich das positive das gap auch zu gemacht die ist die letzten tage ganz gut gelaufen dynamisch angestiegen jetzt haben wir das gap geschlossen uns von den tagestiefs erholt also da kann man je nach risikoeinstufung entweder sogar unter dem tagestief absichern wenn jetzt so eine umkehrkerze stehen bleibt oder dann etwas konservativer unter dem vorwochentief also das freitagstief das gilt für ganz ganz viele einzelaktien muss jetzt halten damit wir wirklich dann in den nächsten tagen wochen auch weiter uns aufwärts machen können also das ist jetzt als analytischer sicht sehr wichtig man kann es auch als pullback bezeichnen die bewertung ist natürlich in diesem sektor ich will jetzt nicht sagen jenseits von gut und böse bei einigen aktien sicherlich bei plug power ist es noch so dass ich sage okay also die die ist vielleicht noch mit am niedrigsten bewertet in dem hoch bewerteten bereich also das sowas kann man sich mal anschauen auch mit blick aufs jahresende zweite aktie first solar solarbereich da hat uns jetzt in der redaktion ganz gut gefallen dass die aktie zuletzt diese wir sind hier monatschart im wochenchart eine kerze steht für eine woche ist seit 2014 ja immer wieder abgeprallt ist an diesem sektor also ich könnte das auch noch bis hier rüber ziehen und wenn so eine widerstandszone überschritten wird fungiert sie natürlich im anschluss als unterstützung deswegen könnte man jetzt diesen rücksetzer der aktuell läuft der kann auch noch ein bisschen anhalten er als kauf chance verstehen also das ist so ein pullback szenario wie wir es auch immer besprechen entweder mein videos oder auch hier in den webinaren pullback also ausbruch pullback ema 50 ist nicht weit da haben sie sehr gute enge absicherungsmöglichkeiten entweder das fällt jetzt in den nächsten tagen weiter durch dann muss man raus oder sie bekommen noch mal die kurve und schaffen vielleicht dann zum jahresende hin noch mal neue hochs also das ist auch vom chance risiko verhältnis ganz okay also ich sehe jetzt eigentlich diese rücksetzer eher als chance anstatt jetzt zu sagen das war es jetzt mit den regenerativen in diesem jahr also kann ich mir persönlich jetzt nicht vorstellen aber es kann natürlich sich schnell ändern das haben wir jetzt heute am wahltag gesehen in dem zusammenhang ist auch schön dass du diese drei branchen mal miteinander sozusagen auch indirekt verknüpft hast kann da sieht man auch ganz gut was natürlich zum beispiel cannabis sektor leidet darunter ähnlich wie vorhin was wir bei biotechnologie sprachen wenn du ein unternehmer ist was nur auf ein präparat abzielt so ist es ja sozusagen dann auch für die cannabis unternehmen zu sehen dann ist es halt immer schwierig weil man sehr stark natürlich von der legislativen davon abhängig ist was wird politisch sozusagen gewünscht was wird geduldet und das ist halt das problem dass man eben da natürlich dann so ein bisschen spiel bei halt auf wird ergo haben die ja dann auch versucht irgendwann vertikal ein bisschen sich zu diversifizieren indem man den lifestyle reingeht das hat nicht ganz funktioniert also man merkt schon dass da sozusagen so ein bisschen da eben doch natürlich der klotz da ist gut war auch denn der vergleich jetzt mit wasserstoff das natürlich vollkommen recht das ist jetzt ein thema was zwar auch wo man sagen kann natürlich die gehen auch nur auf ein produkt sprich auf halt wasserstofftechnologie insgesamt und da sieht man halt auch dass natürlich am anfang ein stück weit diese dieser hemmschuh darin lag dass viele automobilfirmen einfach nicht klar ihre strategie kommuniziert haben wo geht es denn jetzt hin man will zwar in e-mobility gehen aber wie soll das funktionieren und dann gab es immer mehr unternehmen die sich da auch committed haben die ganz klar gesagt haben unsere e-mobility strategie sieht entweder ganz klar auch wasser oder hybrid wasserstoff technologie gesteuert mit aus oder wir nehmen es mit rein manche haben es auch komplett ausgegrenzt und damit haben natürlich solche unternehmen auch eine art renaissance erlebt und jetzt sind wir bei dem stichwort renaissance auch bei den solaraktien weil ziemlich das sozusagen wie eine art vorläufer branche für die anderen beiden branchen ist der eine oder andere erinnert sich vielleicht glaube es mittlerweile schon 14 15 jahre her da gab es schon mal einen boom da gab es unternehmen wie ne solar world und so weiter der eine oder andere kann sich noch daran erinnern die haben natürlich auch eine sehr gute performance vollzogen sind dann sozusagen in dem ersten entwicklungszyklus abgestürzt weil eben die konkurrenz aus südostasien kam weil die politik dann hier auch irgendwann im ende im endeffekt diese technologie nicht weiter gefördert hat dann gab es das große raus auslesen das kann man sozusagen so ein bisschen vergleichen jetzt mal wieder den rückschluss auf die karten abis auf den cannabis sektor du hast vollkommen recht viele unternehmen werden über die wuppe gehen das ist ganz klar andere werden überleben und in den zweiten zyklus den wir jetzt sozusagen im in der beschleunigungsphase sehen ich glaube nämlich auch noch nicht dass es zu ende ist da kommen natürlich so eine großen player wie zum beispiel china wie amerika mit rein die sich ja auch zum einen nordamerika sehr lange eher auf ihre fossilen brennstoffe halt fokussiert haben die gesagt haben ne uns interessiert dieser ganze erneuerbare quatsch nicht sondern wir machen weiterhin eher mit verbrennung und so weiter und so fort machen halt kohlekraftwerke und da kam natürlich auch ein umdenken nicht nur von der politik sondern von den einzelnen verbraucher die gesagt haben ich habe mir halt so eine solarpanel oben aufs dach rauf da ist sicherlich auch ile musk mit ganz klar als vorkämpfer zu sehen gewesen hau mir ein solarpanel oben aufs dach rauf kann damit sozusagen mein elektroauto selber betanken um es mal salopp zu formulieren und das ist halt so ein bisschen auch so neuen neuen weg in amerika geebnet und china natürlich in sich hat eine ganz andere politik die wollen und haben auch ganz klar kommuniziert dass man zukünftig wirklich massive teile der energiegewinnung des energie hungers den ja china ganz klar hat aufgrund der expansion die man eben anstrebt will man zum sehr sehr großen teil eben durch regenerative durch erneuerbare energie abdecken und deswegen wenn du auch mal ein schad von ginkgo solar rein siehst da kann man so fast sehen ab welchem zeitpunkt sozusagen das da losgegangen ist das ist nämlich genau der zeitpunkt wo wo richtig kommuniziert wurde wo ganz klar gesagt wurde hier läuft der hase lang daraufhin sind die dann wirklich auch abgeflogen das hat eben auch damit zu tun weil china insgesamt das wirklich geschafft hat so ein bisschen aus dem schatten dieser also die haben natürlich in den letzten jahren sich sehr stark positioniert und haben sozusagen mittlerweile über die hälfte der kompletten solar panels werden in china hergestellt und ginkgo solar ist der größte hersteller von den solarpanel herstellern in china und deck mittlerweile 16 prozent der solarpanel industrie insgesamt ab und das ist natürlich wahnsinn wenn man sich das ansieht vor allem weil das ein thema ist das wird in deutschland in europa in amerika noch viel viel mehr gespielt das wird in asien noch mehr gespielt das heißt solche unternehmen haben sich ideal sozusagen im windschatten super positioniert und die werden halt deswegen auch noch mal weiter durch starten jetzt natürlich nicht in dieser form weiter in dieser dynamik sondern das wäre schon irre da hätten wir eine tesla 2.0 aber es wird natürlich weiterhin als thema bleiben also dieses ganze thema erneuerbare energien ist auf jeden fall ein sehr interessanter bereich und ich denke auch dass man hier gute alte thema big is beautiful spielen sollte also auch als trader oder als trading affiner dass man da im tendenzial eher guckt wer sind die großen player weil man einfach da sozusagen mit dem trend vorne weg läuft also bei jinkgo solar sieht man mal gut also zum einen freut es mich natürlich für die aktionäre die hier durchgehalten haben das war ja eine phase also ich weiß wir haben sie immer wieder mal was als wunschwert auch in meinen videos und eigentlich habe ich schon immer wieder gesagt die struktur ist eher korrektiv sollte eigentlich schon mal wieder was nach oben gehen aber wenn sie sich vorstellen beispielsweise in dieser situation da haben wahrscheinlich auch schon die aktionäre gehofft ja jetzt kommt der durchbruch und dann machen sie noch mal so eine strecke mit also das ist jetzt nicht als trader gesprochen sondern als investor das ist natürlich schon heftig und jetzt jetzt explodiert anders kann man kann man es nicht sagen was dann auch passieren kann wenn man mal so eine mehrjährige wirklich sehr volatile phase auch verlässt dynamisch also das ist ja genau das warum wir auch chartanalyse betreiben also ich möchte ja solche punkte dann auch herausarbeiten wann hier bewegung reinkommt und in dem fall was war der auslöser war ein guter quartalsbericht und ja dann ging es ging es richtig zur sache was dann zu dieser extremen explosion geführt hat weiß ich auch nicht also die aktie war relativ günstig bewertet glaube ich immer und wurde eher links liegen gelassen jetzt jetzt in den letzten wochen natürlich extrem gelaufen und wenn wir uns das mal im tageschart anschauen also da muss man jetzt nichts überstürzen aber auch hier haben wir einen trendstarken wert wenn der vielleicht noch mal ein bisschen zurück kommt entweder bildet sich jetzt hier oben schon kleiner boden das ist noch bislang zu wenig oder wir setzen noch mal ein bisschen zurück hier in den bereich 50 dollar da kann man sich das vielleicht auch als trader mal wieder anschauen hat sich vom hoch nicht nicht ganz halbiert aber hat zumindest mal diese überkaufte situation abgewaltigt also schauen sie sich das an das ist eine kerze ein tag da muss man jetzt ja bis zwei muss man zählen zwei schwarze kerzen gab es in der bewegung an der ausbruchsbewegung schon extrem genau also der unterschied ist vielleicht noch im solarsektor versus wasserstoff von den bewertungen her ist da sind da natürlich welten also wasserstoff ist schon sehr viel fantasie drin und ist so ein bisschen das trend thema 2019 2020 also da ja wie soll ich es formulieren also als investor würde ich mich da schon ein bisschen unwohl fühlen was die bewertungen anbelangt da wäre ich vielleicht eher im solarsektor aktiv aber das ist natürlich ihnen überlassen wie sie da die lage einschätzen wir haben noch ein thema uns rausgesucht was die sektoren anbelangt andreas das ist die videospiele branche auch ein sektor es freut mich dass du das rausgesucht hast wo ich als gamer und auch als journalist als analyst immer gerne gerne unterwegs bin und deswegen ja meine frage warum hast du dir gezielt diesen sektor noch mal ausgesucht auch fürs weihnachtsgeschäft dann oder andere gründe weil ich selber ein teenager habe der sozusagen dann ganze zeit für und daddelt ist aber tatsächlich so nein bei gaming ist halt ganz interessant weil es so ein bisschen eine schöne wie soll man sagen eine branchenänderung gab lange zeit war ja gaming so ein bisschen verschrieben eben eher so in die nerd oder in die ja lass die spielen ecke ist aber mittlerweile wirklich eine zum etablierten branche geworden also gaming insgesamt hat wirklich dem der hollywood produktion zum beispiel der klassischen film entertainment branche den rang abgelaufen und ist mittlerweile größer vom von der kapitalisierung beziehungsweise auch von den gewinnwachstum oder beziehungsweise gewinn die man erzielt größer als hollywood und das ist schon ganz spannend weil also hier wirklich jetzt ein paradigmenwechsel stattgefunden hat früher hat man ja sozusagen gesagt ja hollywood gibt sozusagen die themen vor macht und daraus werden dann spiele konzipiert jetzt ist es andersrum es gibt mittlerweile wirklich videospiele die werden verfilmt und das zeigt eben auch so ein stück weit eben wie dieser wandel stattgefunden hat also das nicht unbedingt nur der hund mit dem schwanz wedelt sondern teilweise auch der schwanz mit dem hund und irgendwann den hund gar nicht mehr braucht witziges bild irgendwie aber ist halt so und man sieht natürlich auch in gerade in den letzten monaten dass hier das auch ganz interessant ist dass diese stay at home aktivitäten wirklich dazu geführt haben dass eben diese branche die eigentlich eher amüsement entertainment ist auch davon profitiert hat das heißt home office zeiten werden wohl nicht nur zu 110 prozent zum arbeiten genutzt sondern der eine oder andere scheint zumindest dann sein pausenbrot nebenbei zu essen wenn er eben dann auch immer das ein oder andere spiel zockt oder eben mobile gaming betreibt von daher sieht man das sozusagen als art indikation auch im chart oder das würdest du sagen ja ganz klar also ist natürlich gehört ja auch zu diesem digitalisierungs trend wenn man sich die letzten zahlen von activision anschaut ich habe es jetzt nicht mehr eins zu eins im kopf aber ich glaube die haben jetzt mittlerweile auch schon 80 90 prozent der erlöse sind digital also haben ihren eigenen lounger wo man dann die spiele kaufen kann und ja wie wie die anderen digital branchen auch ist das natürlich explodiert seit dem märz tief es ist jetzt seit september auch schon eine gute korrektur abgefahren worden was sie hier sehen sind jetzt zwei etfs die ich mal rausgesucht habe selective video games and esport also mit solchen produkten können sie so einen trend am einfachsten spielen und dann noch von eck vectors video gaming and esports können sie mal die suche bemühen bei der comdirect sollten sie eigentlich schnell finden und ja da sieht man dass wir aus einer konsolidierung aus einer korrektur kommen jetzt wieder dynamik entfalten und das sieht wirklich sehr sehr gut aus aus charttechnischer sicht also das könnte in kürze dann vielleicht sogar in den nächsten tagen den knall nach oben geben und diese etfs machen neue hochs wenn wir uns vielleicht ein zwei aktien mal anschauen also electronic arts habe ich eher bärisch gesehen in den letzten wochen was jetzt auch nicht so falsch war aber das ist eben das immer mit den zielen ziele werden erreicht oder eben auch nicht in dem fall ist nur das erste ziel erreicht worden und so nach dem motto wünsch dir was hätte ich gern noch hier unten habe soll dem premium service geschrieben hätte ich hier unten noch gern zugegriffen jetzt gab es die zahlen von electronic arts das gute marktumfeld heute also ich könnte mir vorstellen dass das jetzt auch das tief war erst mal und wenn sie das sehen die aktie korrigiert seit august bereits hat jetzt vom hoch 20 prozent verloren also das sind natürlich geschichten die man dann immer mal spielen kann also finde ich spannend jetzt auch in der jetzigen situation hier vielleicht auf eine neue aufwärtsbewegung zu gehen wenn in der einzelaktien zu riskant sind dann wie gesagt schauen sie auf die etfs und ich glaube man der kursverlauf zeigt also diese zwei produkte die haben den trend gut abbilden können und das da ist man eigentlich ganz gut aufgestellt beispielsweise wenn dieser fernack etf über die 33 euro marke rausgehen würde dann haben wir hier ein prozügliches kaufsignal vorliegen ja also mit den sektoren sind wir durch wir haben ein paar themen die hier werden die 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 auf die die leute warten wir haben euro us dollar wir haben die edelmetalle und ja und bitcoin das ist auch ein basis wert auch wenn wir keine produkte drauf haben den die leute sehen wollen also insoweit ob wir danach noch wunschwerte durchkriegen ich wag es fast zu bezweifeln aber deswegen vielleicht aber es waren ja sehr viele basiswerte genau genau richtig bitcoin vielleicht da erstmal der langfrist schaden habe ich nämlich neulich erst auf guidance gepostet in meinem stream warum ist es da jetzt so interessant was sollte immer auch das big picture im bild behalten sich nicht immer nur eine kleine zeitebenen aufhalten sonst sehen sie vielleicht da gar nicht was jetzt gerade passiert also ich brauche mal hier noch mal die andere darstellung also ich bin den bitcoin auch investiert das muss man ja immer dazu sagen also bin hier vor belastet wenn sie wollen deswegen kann sein dass meine analyse hier nicht 100 prozent objektiv ist was eigentlich in der regel aber trotzdem der fall sein sollte also hier das hoch 2019 ist angesteuert und wir versuchen es jetzt im laufenden monat über die 13 7 64 oder je nachdem was sie für eine börse einstellen bitfinex habe ich hier eingestellt rauszugehen und das ist natürlich jetzt das was noch mal zu einem größeren knall führen könnte so würde ich schon mal formulieren denn andreas korrigiere mich aber ich glaube bitcoin ist der beste basiswert von den großen basiswerten 2020 und da spielt natürlich auch bisschen so diese window dressing geschichte mit rein also besser als gold besser als die indizes besser als währungen und als andere klassische währungen und das könnte schon auch noch mal jetzt in den nächsten wochen rein spielen dass hier vielleicht dann noch mal der ein oder andere drauf springt also ich finde die situation sehr spannend da geht es jetzt darum genau das was wir vorher besprochen haben im ganz großen bild wird es ein neuer aufwärts trend bislang haben wir hier eine korrektur erster anstieg das letzte tief aus diesem jahr im coronacrash war über dem tief 2018 ausgebildet und jetzt geht es eben darum diese hochs rauszunehmen und dann haben wir eine bewegung sie kennen vielleicht den count von meinem elliotwellen kollegen andere titje der schreibt nur mehr rein to the moon also ich werde mich jetzt hüten das zu machen aber wenn hier eine große welle drei läuft zu sagen dass die charttechniker die die elliotwaver also wenn hier nach diesem anstieg nach einer korrektur eine große hauptwelle läuft dann ist hier noch ein einiges einiges möglich also das ist eine ganz spannende situation aus technischer sicht wie siehst du fundamental aktuell andreas genau ich futter mal ein bisschen was runter das hat natürlich auch damit zu tun weil bitcoin beziehungsweise crypto currencies oder crypto coins wirklich erwachsen geworden sind wir hatten wir mal vorher so ein bisschen als spielball verschrien gewesen da kann man sich auch noch an die ein oder anderen umrufe erinnern die gesagt haben ja das ist alles shitcoin und was nicht alles gesagt wurde das hat sich jetzt geändert alleine schon durch den adel schlag von paypal die ja in der letzten oder vor zwei wochen eben auch bekannt gegeben dass man zukünftig über paypal und zahlungen über bitcoin oder mittels bitcoin eben abwickeln kann und auch darüber kaufen also über das portal oder über paypal bitcoins kaufen kann und das ist natürlich damit zeigt eben auch dass man aus den kinderschuhen einfach draußen ist deswegen deckt sich das auch so ein bisschen oder größtenteils natürlich auch mit dem was du jetzt schadtechnisch da antizipiert hast oder antizipieren könntest und das wird halt auch von der fundamentalen von der akzeptanz seite untermauert und was wir auch gesehen haben was interessant ist dass eine sehr sehr hohe korrelation in den letzten wochen auch zu gold gesehen haben das heißt nicht absolut sondern wirklich relativ das hat also wirklich teilweise so ein bisschen den aspekt der vermögenssicherung vermögensaufbewahrung in kritischen zeiten gehabt gerade aus asien gab es viele anleger die nicht mehr gold als klassisches krisen asset genommen haben sondern wirklich in bitcoins reingegangen sind und da dann ihre gelder geparkt beziehungsweise sicher abgelegt haben das ist halt auch noch mal ganz interessant zu sehen also man sieht hier schon es gab wirklich ein paradigmen wechsel eben weg von denen ich nenne es jetzt mal zocker basis wert zocker underline bitcoin hin zu der akzeptanz eben bei auch investoren also ich bin 2013 aus bitcoin ausgestiegen hätte ich das mal behalten er hätte es ja so geht es glaube ich vielen aber ja im vergleich dazu gold also das ist natürlich auffällig gewesen kann ich dem andreas nur recht geben also der gold als sicherer hafen hat zuletzt nicht mehr funktioniert in den phasen wo es am markt gerappelt hat ist gold eigentlich auch gefallen was jetzt die letzten wochen anbelangt hat wir hatten ja hier oder ich hatte hier ja ein bisschen spekuliert dass aus dieser bärischen flagge vielleicht ein ausbruch zur oberseite gelingt der trigger war hier die 1933 sie sehen dass es erst mal nicht geglückt und wir hängen halt einfach fest im gold preis es ist sehr zäh von der struktur her habe ich noch nicht ganz abgeschrieben also könnte schon noch was gehen aber sie sehen ja allein dieser rote balken hier der sehr ausgeprägt ist zigfach angesteuert wurde also da sind wir jetzt heute wieder hängen geblieben also es wird schwierig sein hier so einen neuen aufwärts trend zu etablieren hier kann ich ja auch noch mal zeigen also höheres tief hätten wir schon mal wenn auch knapp und jetzt müssen wir halt hier auch dann mal durchbrechen also das kann schon so noch laufen im vierten quartal aber das was wir jetzt heute auch wieder sehen ist natürlich ja schwierig also im im prinzip wenn man es neutral formuliert wirklich seitwärts seit vielen wochen und so die der funken fehlt aktuell irgendwie hat man das gefühl hängt natürlich am us dollar auch dran die ganze geschichte us dollar war zuletzt wieder stärker und ja also ich weiß jetzt nicht fundamental andreas siehst du da irgendwie in den möglichen trigger nochmal für gold ja bei gold gibt es eigentlich nur zwei trigger auf die man eben dann achten könnte wenn man eben in gold unterwegs ist der eine ist natürlich klar immer krisenzeiten alles was mit krise nicht mit wirtschaftlichen krisen zu konjunkturellen krisen zu tun hat sondern wirklich mit kriegen und anderen politischen unlegbarkeiten das ist immer noch ein initial das hat man ja auch damals also hat man ja vor einigen zeit schon gesehen und natürlich was ganz wichtig ist ein thema inflation das könnte eventuell noch mal ein trigger sein nicht jetzt unbedingt kurzfristig aber die notenbanken wundern sich ja selber schon warum sozusagen die inflation noch nicht so richtig anspringt man hat hier immer wieder die ziele auch zielkorridore festgelegt und erwartet sozusagen oder ist in heller erwartung einer einer inflation wenn die dann eben anspringt sollte dann könnte auch gold wieder interessant werden weil man dann eben auch wieder diese alten aspekte des klassischen gold anlagen dienst sozusagen dann finden kann momentan solange das nicht da ist hat man halt nur erst mal auf dem aktuellen die niveau ja wie soll man sagen es war keinen großen anreiz keinen großen impuls weil es wird halt auch keine kein cashflow groß ab von daher fehlt da so ein bisschen da muss in wirklich momentum rein so wie du es auch gesagt hast und das kann eben dann erstmal nur von diesen beiden aspekten tendenziell kommen also nochmal um die marken zu nennen für die trader 1862 die erste unterstützung hier wo wir zuletzt gedreht haben 1848 das september tief also wenn sie hier doch nochmal auf eine wiederauferstehung setzen möchten dann wären das stopp niveaus ansonsten bleibt ja das ziel 1800 offen was wir im big picture immer wieder angesprochen haben in den letzten webinaren also das schwebt noch ein bisschen so über allem das wäre auch möglich hier nochmal ein tip zu sehen an diesen ema 200 und auf der oberseite der rote balken plus das zwischenhoch 19 33 dann wäre zumindest mal luft in richtung 19 72 1981 also das sind hier für mich die trigger wenn wir da vielleicht noch dann sind wir ja fast durch mit der zeit euro s dollar uns anschauen da finde ich jetzt ganz interessant von der struktur her vergleichen muss man nochmal mit dem goldpreis da ist eben die struktur nicht so dass wir das tief schon angetestet haben sondern wie sie sehen haben wir hier das tief bei 1848 nicht erreicht der euro s dollar hat das heute erreicht und zwar ist das korrespondierende tief hier die 1 1611 und hat es nicht nur erreicht sondern auch mit einer doch schon eindrucksvollen kerze bestätigt also hier zeigen sich die käufer auf einer wichtigen unterstützung ja ist jetzt schwer schwer zu sagen ob daraus auch ein neuer trend entstehen kann zuletzt war ganz klar us dollar gefragt aber von der struktur her ist es jetzt auch hier hatten wir euro s dollar besprochen ist es jetzt bereinigt also das was vielleicht der ein oder andere erwartet hat ich habe ja insgeheim auf eine direkte trendfortsetzung spekuliert das ist jetzt eingetreten mit dem test der 1 1611 das könnte ausreichen da müsste man dann eng absichern long am schönsten fände ich es jetzt persönlich wenn wir so laufen würden also nochmal abverkauf in die 1 15er zone rein und von dort aus drehen warum ist das so weil wir hier eine schöne ausbruchssituation haben bei 1 14 95 den ema 200 etwas vorgelagert und weil wir wenn wir die streckenlänge ausmessen die erste abwärtsstrecke und dann andershoch die zweite abwärtsstrecke auch bei 1 14 80 eine a gleich c situation haben also dann wäre die zweite abwärtsbewegung exakt gleich lang wie die erste also das heißt für all diejenigen die sich euro s dollar mal auf die watchlist nehmen davon ausgehen dass der dollar etwas stärker geht noch demnächst die können also die zone knapp unter 1 15 um 1 15 sich vormerken das wäre eigentlich ein schöner kauf ansonsten wie gesagt direkte trendfortsetzung nach oben der haupttrend zeigt er aufwärts da müsste eigentlich dann schon fast das heutige tief halten zumindest darf hier nichts mehr nicht mehr deutlich was unter die 1 16 gehen genau das ist auch ganz spannend passt auch so ein bisschen zu dem natürlich das drei gespannen was spielt gerade für euro oder us dollar also eine währungsplan eine große rolle sind natürlich die geldpolitik als auch die zinspolitik beziehungsweise konjunkturentwicklung in den ländern usa und europa oder einen währungsraum oder wirtschaftsraum euro dahingehend könnte das sozusagen wirklich auch ein bisschen darauf ein hinweis sein wenn man eben jetzt deine prognose da auch nochmal ansetzt dass europa nächstes jahr so ein bisschen der überraschungskandidat auch von der konjunkturellen seite sein würde weil es nämlich dann zur folge haben würde wenn sozusagen investoren anfangen anlagen aus dem euro aus dem us dollar raum umzuschichten in richtung euro raum würde das zusätzlich nochmal dafür sprechen dass man natürlich eine größere nachfrage im euro zum us dollar sieht das heißt wir würden dann auch was wir zeitweise auch gesehen haben meine wirkliche euro stärke sehen also das heißt der us dollar würde dann tendenziell abschwächen euro würde dann gewinnen eben aufgrund der tatsache dass hier eben die projektion von vielen investoren einfach dahingehend ist dass der euro raum eventuell wirklich schneller oder besser aus der oder als als relativer gewinner eben aus dieser aktuellen konjunkturellen schwächephase herauskommen könnte und sich dann eben auch besser darstellt also gerade wenn china eben weiter so läuft wenn eben auch in amerika wieder die konjunktur besser also dann besser oder weiterhin gut läuft dann könnte eben europa sozusagen diesen schwung nutzen und das würde sich auch eins zu eins genauso wie du es gerade dargestellt hast im euro us dollar schadbild widerspiegeln weil von den notenbanken her zumindest von der zinspolitischen seite ja kaum etwas zu erwarten ist dass hier eine große änderung ist selbst wenn was eintreten würde ist das marginal man hat hier keine große signalwirkung mehr deswegen sollte hier auch auch eher das auge von der fundamentalen seite ja auch die geldpolitik weiterhin sein also gucken wie stark expansiv ist die was für konjunkturpakete werden aufgelegt etc pp also sprich ja das sind sozusagen die faktoren die von der fundamentalen seite ja dafür auch sprechen wollen was du gerade da prognostiziert hast also von der struktur her das noch abschließend wird es das hergeben es ist jetzt vielleicht nie mehr so der selbstläufer wie in den monaten zuvor wir haben ja schon deutlich zugelegt in diesem jahr bei euro us dollar zumindest von den jahrestiefs aber rein von der struktur sie sehen ja immer wieder diese phasen wo nach einem anstieg dann die korrektur folgt jetzt hat sie relativ lang angehalten die wochenkerze wenn es so bliebe ist ganz okay erinnert bis hier an die situation hier also enge absicherungen sind ja möglich entweder unter der 1.15 oder unter der 1.16 also so ein szenario habe ich schon im hinterkopf was dann der trigger sein könnte andreas hat ja einige sachen erläutert ist ist die frage und mir persönlich von der struktur her würde ein neues hoch dann bei euro s dollar selbst wenn sie erst 2021 der fall ist würde eigentlich ganz gut gefallen dann wäre ich mit der struktur her von der technischen seite auch zufrieden wir sind zwar jetzt fast am ende eigentlich sind wir von der zeit am ende wir haben trotzdem noch einen wunsch der jetzt von zwei personen gewünscht wurde wie sehen denn die t-bonds im rahmen der euro us dollar aus ist das was wir noch reinkriegen klar ich fürchte dass ich die nicht zeigen kann da haben wir immer das problem auf guidance das ist dass ich da von der charttechnischen seite das nicht so gut abbilden kann ich kann dabei mal was raussuchen da kann ja andreas ja mal noch mal kurz fundamental was sagen genau wir hatten ja das rendite rendite wie niveau in den usa war ja eben auch eine maßgebliche maßgeblicher parameter für die aktienkursentwicklung das hat man ja gerade gesehen das heißt wenn eben viele investoren in richtung risk oft bei aktien gehen das heißt also risiko rausnehmen werden die dann eben in die anleihen geparkt gesteckt und dieses dieses duett hat man oder duell hat man sozusagen auch in den letzten tagen ganz gut gesehen ich denke dass hier natürlich jetzt ganz wichtig ist wir haben ja unter anderem morgen die usfett die ja dahingehend auch noch mal ein paar guidance beziehungsweise ein paar äußerungen tätigen wird wie eben sich die konjunkturelle situation darstellen wird das gute ist dahingehend dass jetzt wäre natürlich schön wenn wir noch einen chart hätten achso ja so zehnjährige genau also sind jetzt die renditen der zehnjährigen zumindest mal genau und dass man dahingehend natürlich dann sieht die usfett ist da ein bisschen schneller natürlich die kann wesentlich schneller und agiler reagieren auf konjunkturelle entwicklungen das bedeutet wenn wir jetzt tendenziell eher wieder eine erholung in den usa sehen würden dann würde auch die usfett schneller reagieren das heißt die renditen würden dann wieder steigen weil die kurse natürlich fallen weil das zinsniveau steigt insgesamt das da muss man eben wirklich jetzt schauen da ist also eine prognose eine kurzfristige eher derzeit von der fundamentalen seite ja schwierig zu tätigen weil man eben wirklich erstmal sehen muss was für fundamental daten zum beispiel arbeitsmarktseite eben reinkommen und wie die fed darauf reagiert aber insgesamt kann man eben attestieren dass tendenziell eben aufgrund des sehr sehr niedrigen zinsniveaus doch tendenziell eher mit einer perspektivischen zins anhebung in den usa zu rechnen ist das heißt rendite könnte dann im steigen ergo die kurse in den anleihen fallen muss man natürlich noch die einzelnen laufzeiten jeweils sehen zehn fünf und kurzfrist zehn jahres fünf jahre und die kurzfristigen zeiträume aber jetzt mal wirklich ganz das big picture hier aufzuzeichnen da könnten wir wahrscheinlich alleine schon eine schaltung machen von daher ist das vielleicht jetzt erstmal von der fundamentalen seite einfach mal so ein kleiner abriss also guckt auf die notenbanken also auf die usfett guckt eben darauf wie die arbeitsmarktdaten sich entwickeln und im hinterkopf immer behalten dass die usfett wesentlich schneller am agieren ist sozusagen und da eben doch dann sozusagen schnell auch bereit ist wieder ein zinsniveau zu schaffen wo man eben wieder spielraum hat zu agieren weil momentan ist die undenkbar ungünstigste situation für die notenbank weil man eben auf ein auf ein niveau ist wo man keine signalwirkung mehr hat man kann nur noch viel mit wording machen aber nicht mehr sozusagen mit interagieren und deswegen versucht man da relativ schnell auch wieder rauszukommen das haben wir im letzten jahr gesehen das hat man auch gesehen als die coronavirus krise war da wurde auch sehr sehr schnell und massiv reagiert und dadurch dass jetzt auch uspräsident trump eventuell also da muss man eben auch gucken weil der ja auch sehr sehr harsch in richtung usfett und richtung des vorsitzenden polls da eben agiert hatte wenn eben ein anderer also wenn beiden sozusagen präsident wird dann kann man auch wieder erwarten dass hier sozusagen eher ein autarkes handeln von der usfett also was ja sowieso macht aber sozusagen nicht unter dem politischen druck dann eben zu erwarten ist ja also von der charttechnischen seite kann ich hier keine entwarnung geben bislang das ist ja ich glaube das sieht glaube ich jeder noch keine abgeschlossene bodenbildung oder ähnliches also da muss man einfach die nächsten muster abwarten vielleicht kommt hier mal so eine art doppelboden zustande oder irgendwas ähnliches aber ich denke dass da wird die entscheidung dann erst im kommenden jahr fallen was der haupttrend was den haupttrend anbelangt seit 2018 haben wir ja diesen rapiden einbruch und ja also das ist jetzt einfach so ein hin und her auf niedrigem niveau um die marke von 0,7 in etwa 0,8 prozent und ja ich bin sehr gespannt ob da ob da nachhaltig mal was nach oben geht dann im kommenden jahr das hört sich doch gut an das war doch ein schöner abschlusssatz von dir ja ich würde sagen wir sind am ende fünf nach acht ja viele haben sich auch schon verabschiedet wahrscheinlich sitzt man nun schon vor der tagesschau und schaut sich an was in den usa passiert war ja ein spannender tag heute von links nach rechts nach links sozusagen im wahrsten sinne des wortes ich bedanke mich recht herzlich bei euch beiden bastian andreas hat sehr viel spaß gemacht war auch sehr interessant dieses dreier gespann sehr viel feedback es wurde auch gefragt ob du auch bei guidance arbeit ist andreas also insoweit musste ich das leider verneinen ja nein mir hat sehr viel spaß gemacht und ja liebe zuhörer wenn sie wenn sie mehr von uns hören und sehen wollen jeden mittwoch von 19 bis 20 uhr bei sg active trading und wer informiert in die woche starten will wir haben auch ein webinar montag morgens um 9 uhr 5 mit ralf fayat dort schauen wir uns die ganzen indizes in der wochensicht an insoweit ja schönen abend und ja vielleicht noch von euch vielleicht wollt ihr euch auch noch verabschieden ansonsten von mir aus sag ich schon mal tschüss holger bastian vielen dank und danke an die zuhörer genau dass ihr dabei geblieben seid jetzt zu der späten abendzeit und genau ich hoffe vielleicht sieht man oder hört man sich mal wieder vielen dank ja hat mir auch sehr viel spaß gemacht war ja auch ein bisschen so die generalprobe kann man sagen auf der wot wird man uns beide auch nochmal hören können also ein bisschen werbung für die world of trading noch nächste woche da gibt es zahlreiche webinare donnerstag freitag wenn sie da lust drauf haben schauen sie gerne mal rein und auch andreas und ich werden ein slot haben und das ähnlich abhalten wie heute also einen schönen abend und ich bin gespannt wie es dann ausgeht mit der wahl letztendlich machen sie es gut bis zum nächsten mal tschüss